so hallo leute und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen mittwoch und ja heute kommt wahrscheinlich zwei missionsmacher weil wir schon sehen können das ist jetzt die 99 folge und ich noch mission von leon bekommen und von haribo genau und wir spielen erst mal die mission von haribo ich hoffe ich hat das intro natürlich gefallen glaubt euch meine untersetzer und ja los geht's mit der große deal und haribo hat auch in der mieter teil geschehen dass mission angeblich zehn bis 20 minuten lang gehen also gucken wir mal wie es ablaufen wird der große deal was passiert hier oh gott damit was passiert gerade da wer sind das für typen ich mache es kurz auch haribo wir haben das geld und ihr die ahoi brause von was zeigt die ware oh gott das gott ist auch dabei bleibt mal geschmeidig kleiner was heißt hier kleiner nur so ein spruch und ich baller dir deine fresse weg ich zeige euch jetzt die ware special police los geht's natürlich hört ihr das fuck das sind cops gott damit scheiße what the fucking hell was passiert gerade what the fuck wieso will er tief uns töten auf einmal was haben wir jetzt damit zu tun gott damit der stirbt nicht stirb 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 nein der will mit dem golfschläger uns fertig machen what the fuck gott das schnapp ihn dir gott das schnapp ihn dir gott das ist wer noch single able was macht ihr denn hier er ist er ist die special police ok gott das hollidiertiger oder doch sich ja jetzt haben wir durch die rede püriper nein das ist doch richtig nasser schritt hier geil schnell alle rein in den werden wir bringen das zeug zu was zu ok und die cops als scheiß auf die cops los sein egal hauptsache weg von dir alles klar so weg von mir ich weiß auf die cops wir bringen jetzt die ware zu war sie zu ich weiß zwar nicht was was ich mit ahoi brause machen werde aber ich jetzt mir erst mal fett durch die nase sniffen oh yeah das ist doch der harte stuff den ich noch mal brauche zumal sind das die regulären cops oder ist es äh von actors ahhh officer fettarsch goddammit officer fettarsch hat mich von der baden gedriftet ah nein immer dieser fettarsch scheiße nein drive by like a boss so oh gott die kleben mir ganz schön am arsch äh und das ist nicht gut ich bin mir im arsch lass es dir auch nein den bekomme ich niemals ihr schweine niemals alter die sind ganz schön hartnäckig ich glaube es wird eck das hier gemacht oder alter sind ganz schön hartnäckig kein kopf ist so schlau und folgt mir soweit oh goddammit nein der van zieht nicht der van zieht nicht oh goddammit oh nein hahaha das war alles ein plan natürlich zieht der äh zu früh gefreut oh goddammit sag mal was für die leistung hat dieser van denn oh mein gott der zieht kein bisschen alter ich will jetzt nicht verhaftet werden alter der zieht nicht oh mein gott oh mein oh mein gott ey das gibt oh mein gott Dieser scheiß Van Oh Rick Grimes verpiss dich Der hat mir doch gar noch gefehlt Der fette Drift hier Okay fast What the fuck Okay Payday Yes Payday ist ein gutes Spiel By the way Achso der Grund warum ich jetzt eine Kappe trage öfters im Video ist dass ich ähm Was soll ich sagen Meine Haare sind gerade momentan ein bisschen lang Ein bisschen lang Deswegen möchte ich die nicht unbedingt tragen Aber Ich liebe es gerade Koppel So Payday Wow Haribo was dauert das so lange Was dauert da so lange Digga das sind ganz andere Schlösser Ihr müsst euch gedulden Oh ist die Musik laut Hört ihr das Ja ich hör das Die Musik ist verdammt laut Fuck das sind die Kops Die Musik ist scheiße laut Oh Gott Oh Gott Dammit Du Sprechen Shotgun Ich glaube nicht Das ist mein Shitboy So Gottliss Haribo Schnapp die Schnapp sie Nein Oh Goat So Holt sie euch Sterb Oh Gott Sterb 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 Meine M4 Okay was müssen wir jetzt machen Ah das Geld Das Geld Geigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeige ja gute arbeit jetzt habe ich durch das sind viel zu viele gute arbeit ok ich mach was nein ich kann mir nichts holen ok das schaffen wir schon das schaffen wir schon scheiße wusste dass da gleich um die ecke welche kommen du musst ein lebensretter das nenne ich doch mal action dankeschön sehr aufmerksam wir haben es geschafft leute gute arbeit wir müssen wohl oder übel von raus ich hoffe das war alles an verstärkungen das eben hat mir schon gereicht dein entscheid hat das nicht gereicht die 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 Nein, im Leben kriegt ihr mich niemals, ihr Schweine. Okay, Godless und Haribo dründen sich gerade mit Ahoy-Brause zu. Naja, egal. Wir verbrissen jetzt von hier. Ah, geile Sniper. Oh, shit, da ist Officer Feathersch. Heute nicht, motherfucker. Oh, der hat auch eine Sniper. Stirb. Right in the dick. Oh, yeah. Kannst du jetzt bitte sterben? Stirb. 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 Danke. So. Weg von hier. Oh, Goddammit. Not today, motherfucker. Da sind unsere Fluchtfahrzeuge. Wo denn? Oh. Oh, die sind gar nicht da. Nein. 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 Scheiße. Schnell rein. Oh. Ach, geschafft! Auf zum Flughafen, ich habe uns einen Flieger organisiert, okay. Die Map ist zwar nicht da, aber ich weiß, wo der Flughafen ist. Oh Gott! Der Shit is really intense! Goddammit! Wir schaffen das schon, keine Sorge, wir schaffen das. Fortsetzung folgt. Ich war fast tot. Darauf erstmal einen Schluck Tee. Das war heftig. Okay. Weiter geht's. Kevazitur. Okay. Alles klar. Wow, cool. Was für ein Zufall. Wieso so welche Grammatikfehler? Why? Why? Scheiße, ich habe vergessen, wer mit dem fliegt. Ich bock mal was aus Haus weg. Okay. Scheiße, ich habe vergessen, wer mit dem fliegt. Schon wieder! Ja. Obwohl. Nein. Eigentlich ja nicht. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich komme gar nicht mehr klar. Was macht er denn? Ich mache gar nichts. Vorsichtig. 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 Vorsichtig landen. Oh. Jetzt weiß ich, was ich da wegkommen muss. gut geht doch.. Geht doch. Da habe ich doch glatt in der Stelle vergessen. Oh nöööööö. Ey wie scheiße. Jetzt sind wir so blöd und treffen mich bei den Typen. geht doch jetzt nach hause alles klar auch nach hause was hat das jetzt gebracht aber wo ist denn zu hause dieser düsenjet ist so laut vorsichtig zurück vorsichtig wir schaffen das schon so wir sind da rick grimes verpiss dich keine ahnung was auch immer keine ahnung was auch keine lol liegt auch ich fahr jetzt mal zu gott lescouts ok nein nichts da rick grimes du wirst mich heute nicht verhaften verpiss dich ich hab keinen bock von rick grimes verhaftet zu werden apropos rick grimes ich sollte mal den rick grimes skin mal dort installiert das wäre geil so wir sind da los war noch wann du kleine crack nutze aber nur mit der passenden musik beide seid auch behindert oder die beiden seid doch einfach behindert oder ach du scheiße alter ihr seid doch behindert was hat 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 Blur, Kitana! Oh, gib mir das! Oh mein Gott, ey! Was hat ihr denn für behörten Spaß? WTF? Alter! Nee, ich kann nicht mehr mit diesem leben. Ich kann nicht, ich kann nicht mit dem leben. Ich kann nicht mit dem leben. Oder kann ich mit dem leben? Ja, ich kann nicht mit dem leben. So, okay. Wir sind gleich zu Leons Mission. Bis gleich. Ah, okay. Es geht weiter. Mit Leons Storyline? Okay, ähm. Erklärung. Der Plan wird verkündet. Angriff? LTR mit dem Leben. Mythenforscher war es. Okay. Auf die letzte Mission freue ich mich. Okay, Erklärung. Das ist eine Erklärung. Alles klar. Hallo, herzlich willkommen zu Smokeshow. Ehm. Leon, müsst ihr uns mal sagen? Halt dein Maul! okay du siehst also so aus meinem beileid kevin was wir sind hier bei der smoke show ich will keine verfickte smoke show sehen nein ich bin hier da müsst ihr uns machen du fett sagt du würdest du soll ich meine mein sohn war er ist doch gar nicht einfach endlich leg dich nicht mit mir an du pinker baller gummi was du grüner gs popel er ist kein großes popel er ist ein weinwort popel siehst du doch du hörst ich bin was du bist hasis vater aber nicht was ist vater ach halt die klappe ich rede jetzt ok war schönes gespräch bist ein netter neuer nachbar ok oh man ist ja blöd aber ich habe keinen anderen helfer bis jetzt oh man ist sehr dumm aber ich habe keine freunde eine runde mit leid und weichte ok der return of the geht das andere als absturz ok ja ich hoffe die anderen hier sind schlau also stellt euch einfach vor da steht jetzt jemand was sind denn denn für welche aber was ist denn warum heute ja warum steht das cj weil er nicht sprechen kann was für ein vollidiot ach stellt euch vor da steht jetzt mit was wir idioten machen hier eigentlich meine mission das habe ich gehört warte was ist jetzt warum war sie oh man wieso soll ich mich verhauen ich will mich aber nicht verhauen alles klar alles klar der plan gucken wir mal gucken wir was dein plan ist fahr zum treffen und stell dich in das feld was okay was 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 warte okay da okay sagt den leuten dass wir morgen die fremdlichen gangs angreifen fremdlichen mit wem spreche ich da wird gemacht hoffentlich ist auf euren leuten verlass baller alles klar ja wir werden allen zeigen zu was wir fähig sind aber was okay unsere gang wird für ableckung sorgen die biker gang und die ballast gang vereint geil okay hoffen wir es klappt alles bis dann vielleicht rette ich alle gangs wenn ich sage dass die sich treffen was macht eric dort nee wird schon nicht so schlimm sein auch eric ist schon faggot ne hm warum finde ich hier keinen hamburger den ich abschießen kann ich könnte lernen abschießen aber er würde uns ja nie was antun oh oh digger hey what the fuck geht's erschießen doch endlich fahr weg okay smoke du solltest die abschießen mission feiert ein kleiner tipp für dich leon damit ich es kurz nicht vergesse mach am besten die mission nicht kurz sondern mach die mission lang das wäre geiler und nicht so kurz verstehst du nicht so wirklich wirklich kurze mission ja das ist schon wieder ziemlich kurz der plan wird verkunden verkündet fahrt zum treffpunkt und dort warten die chefs der jeweiligen family und stelle dich bitte ich habe zwar keine ahnung ach dahin musste ich fahren wow das ist ein sehr weiter weg so okay okay sagt das alle aus euren familien wir werden den wein wo die weinwurz war wagers und zu groß treter groß treter du meinst groß die boys oder ähm angreifen das wird ein sehr harter tag für euch alle aber wir schaffen das seit wann arbeitest du für die ballers ich und die ballers werden die weinwurz angreifen was macht ralf dort ralf du verräter was soll der kack die biker werden eine bombe in ridershaus losgehen lassen das lockt das lockt die wagers an und dann werden meine leute die große stürmen wieso locken sie die wagers an die mission war da wie wieder schon verdammt lang darauf erst nur einen tee die angriff sie wieder ziemlich kurz aus wo bleibt die denn die sollten die wollten schon längst da sein die 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 Ja, wir können auch weiter verpögeln. Ich sollte euch für ihn ermorden. Okay. Ja, komm rüber. Boah, der Joint hat richtig geknallt, ey. Oh, yeah. Ey, das ist chillet ab, die Ritsche mit einem Messer in der Gasche, ey. Äh, bei uns gibt es nur gute Qualität. Ja, bei Ralf immer. Verprügel den drei Pro... Oh. Okay. So, verpögen wir jetzt mal den Rit... Oh, what the fuck, wieso? Okay. Komm, Smoke. Wir schaffen das. So, verhau ihn. So, Smoke, knüpfen dir vor. Bitch. Oh, yeah, ja, das nenne ich doch mal ein Fight. Oh, Jill, die hat ihn abgeschlossen. Nee, so kann es nicht weitergehen. So kann es definitiv nicht weitergehen. So, Moment, ich, äh... So, knöpfe ihn dir jetzt vor. Du schaffst das schon. Nein! Jetzt, jetzt schlag ihn doch! Gute Arbeit, so. Du schaffst das schon, ich glaub an dich. Geh doch. Anmal mit dem Uppercut von unten fertig. Geh doch. Das war ein guter Kampf. EGN gibt 10 von 10. So, ähm... LTR, mitten im Leben von Vasi-Tour. Mitten im Leben Vasi-Tour. Ach, keine Ahnung. Ähm... Oh! Geil. LTR, mitten im Leben Vasi-Tour. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Mitten im Leben, heute mit Vasi-Tour. Papi, können wir furchtbar spielen? Er ist nicht mein Vater. Liebend gerne mein Sohn. Darf ich mich spielen? Oh, Mann. Yeah. Ernsthaft, jetzt. Was ist Opa? Gute von meinem Rasen! Aber, aber du bist doch mein Opa. Da sehen wir die Memme. Digga! Mein Sohn, du musst lernen, mit Konflikten umzugehen. Hier, deine erste Waffe. Yes! Eine wunderschöne Bertha für mich. Ah! Dankeschön. Äh. Du hast bei der E-Mail geschrieben, dass die Missionen 10 bis 20 Minuten lang gehen. Irgendwie sind das nicht für mich wie 10, 20 Minuten. Und die Missionen sind viel zu kurz. Mythenforscher Vasi-Tour. Heute der Mythos. Warum ist die Tür lila? Wow. Ist es etwa eine Anspielung darauf, dass er zu den Ballers gehört? Alter, wie behindert das einfach ist. Ach egal, auch der Mythenforscher braucht man eine Pause. Fahr zum KFC oder whatever das ist. Das ist ein Clucking-Bell. Das ist ein Clucking-Bell. Ja, okay, KFC. Psst. So. Ich hätte gern den... Oh, dein Taxi. Er rastet es im Taxi. Jetzt meiner. Auf Wiedersehen. So, da sind wir jetzt vom Clucking-Bell. Pfui, das Schuppen schmeckt eh nicht. Hast du nicht gesagt. Das schmeckt ja teuflisch. Alter, wie scheiße einfach. Alter. Halt, stopp. Mach dir mich doch nicht wieder so kurz. Ey. Du hörst auf mich. Okay, du bekommst noch ein paar Aufgaben. Schlag den Undertaker tot. The fuck? Welcher Undertaker? Au. Und kill den Chef der Finsteren. Was? Den Chef der Finsteren was? The fuck? Das ist der Bahn. Officer Feddersch, ich hab jetzt keine Zeit für dich. Oh, der fuck. Was geht denn hier ab? Hallo. Hallo. Oh. Oh. Neuer Mythos. Warum ist die Tür lila? Alles klar. Gecheckt. So. Haribo. Geile Mission. Du hast nur ein paar Mal vergessen, ein Ecker zu halten. Und zum Beispiel, als ich jetzt aus dem Casino rausgegangen bin, da wart ihr nicht mehr dabei. Und ja, das war eigentlich das Einzige. Und Leon, deine Missionen sind viel zu kurz. Viel zu kurz. Lässt dir etwas älter lehnen. Für die dritte Staffel, ne? Und ja. Dann würde ich dir mal sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Nächste Woche am Mittwoch zum Staffelfinale wieder. Bis dann. Nächste Woche am Mittwoch zum Staffel.